Mama, darf ich hier so'n Can haben? Äh, ne, es gibt ganz sicherlich keinen Can. Hast du mal auf den Preis geguckt, Freundchen? Sehst du das jetzt'n Geldscheiß oder was? Doch, den nehmen wir mit, den kaufst du mir jetzt. Ich habe Nein gesagt, Freundchen. Okay. Maaaah! Oh mein Gott, das arme Kind. Was ne schlichte Mutter. Komm, komm, du kriegst den Can. Alles gut, ja. Hier. So, du kleiner Scheiße, du bekommst jetzt hier aber nichts mehr, ne? Du bleibst jetzt an meiner Seite. Bleib an meiner Seite. Ja, okay. Na, 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 na. Na, na? Gululu? Na, ma... Mama? Mama! 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 Wo ist der jetzt schon wieder hin? Ich hab gesagt, der sei bei mir bleiben. Der Gululu möchte bitte einmal an der Kasse abgeholt werden. Ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Nee, das kann... Gululu, schau mal, ihr richtig schöne Schneecker. Willst du die haben? Nee, Mama, komm, wir gehen. Ich will nicht so dicke Boots haben. Gululu, warum denn nicht? Die sind doch super. Wow! Mama, können wir nicht einfach im Internet nach Schuhen gucken? Die sind voll hässlich. Dafür werde ich in der Schule gemobbt. Nee, ich nehme die jetzt mit. Das müssen nicht immer die teuren Markenschuhe aus dem Internet sein. Ich glaube, ich spinne. Ja, das muss nicht immer hier Nike, Sneepe, Adidas sein. Ja, das können jetzt auch mal die sein. Ich nehme die nicht, du bist so peinlich. Ach, deine Mutter ist jetzt peinlich, du verzogener Scheißer. Du kommst jetzt zurück. Komm zurück. Nee.